Lass uns mal zum Thema Entscheidungen, wie kommt ich denn überhaupt zu einer Entscheidung? Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass überhaupt mal die grundsätzliche Sache bei einer Entscheidung ist, dass ich selber weiß, was ich eigentlich will. Jede Entscheidung, die ich in meinem Leben, die guten und auch die schlechten, zumindestens eine Sache gebracht hat, nämlich ein Learning. Oh, 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 oh. Was wir einfach festgestellt haben, auch jetzt im Laufe der Arbeit, was wir tagtäglich tun mit unseren Kunden, du hast es ja genauso festgestellt, ist einfach der Punkt, dass wir halt einfach gemerkt haben, dass die Leute, die auch schon in dem Beratungsgespräch selber direkt in der Lage waren, eine Entscheidung zu treffen, dass die auch in der Zusammenarbeit einfach mit uns deutlich erfolgreicher waren. Warum? Weil am Ende des Tages, unterm Strich, geht es ja eigentlich darum, dass ein gemeinsamer Plan umgesetzt werden soll. Und dieser Plan setzt dich ja auch immer wieder vor den Punkt, Entscheidungen zu treffen. Auch schnell, weil manchmal sind es ja auch Gelegenheiten, die musst du am Schopf packen, wenn du nicht in der Lage dazu bist, weil du Angst hast, die falsche Entscheidung zu treffen oder weil du dir unsicher bist oder weil dir irgendjemand mal irgendwas anderes erzählt hat, dass das vielleicht schlecht sein könnte. Dann bist du ja am Ende des Tages unterm Strich immer, wie soll ich sagen, fremdkontrolliert, also nicht Herr der Lage und kannst auch Dinge nicht umsetzen. Absolut. Und ich finde sogar noch dazu zu dem Thema, wenn man keine Entscheidung trifft, trifft man ja auch eine Entscheidung. Richtig. Also keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Das heißt, wenn ich als Immobilienmakler gerade nicht happy bin, nicht zufrieden bin mit meinem Business, suche nach Hilfe, kann dann aber wieder keine Entscheidung treffen oder treffe keine Entscheidung, dann entscheide ich mich ja, dass es so bleiben soll, wie es jetzt ist. Ja. Ja, und ich glaube auch, dass diese Unsicherheit, diese Unsicherheit in den Leuten ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist, warum keine Entscheidung getroffen werden. Maximal, maximal, auf jeden Fall. Also extrem. Und ich sehe auch immer wieder, also generell das, was du gerade gesagt hast, Menschen, die erfolgreich sind und es ist jetzt völlig wurscht, in welcher Größenordnung, ob, keine Ahnung was, Multimillionenunternehmer oder einfach erfolgreicher Selbstständiger, das lasse ich jetzt einfach mal stehen, so wie es ist. Der Punkt ist, diese Menschen treffen einfach Entscheidungen. Und natürlich haust du vielleicht auch mal daneben. Natürlich ist nicht jede Entscheidung eine Top-Entscheidung. Das kann alle sein. Aber ich kann für mich, für mich kann ich wirklich sagen, dass jede Entscheidung, die ich in meinem Leben, die guten und auch die schlechten, zumindestens eine Sache gebracht hat, nämlich ein Learning. Ja, 100%. Jede, jede Entscheidung hat ein Learning gebracht. Egal, ob ich jetzt vollkommen daneben war, weil ich dadurch ja auch wieder Erfahrungen sammle. Ich sammle wieder Erfahrungen. Ich merke wieder, okay, was war jetzt an der Entscheidung nicht richtig? Hier muss man natürlich so ein bisschen auch sein Verstand ein bisschen beisammen haben und genau hinschauen. Also nicht jetzt irgendwie eine Entscheidung abwerten oder versuchen herauszufinden, wer ja war jetzt wieder alles schuld. Weil ich finde es auch unheimlich wichtig, selber, selber die Verantwortung für seine Entscheidung zu übernehmen. Und nicht immer einen Ausweg zu suchen. Ja, der hat mich aber jetzt irgendwie dazu irgendwas gebracht. Nee, kein Mensch hat dich gezwungen, in den Autoladen zu laufen und dir eine dicke Karre zu kaufen. Oder kein Mensch hat dich gezwungen, diesen Menschen einzustellen. Ja. Oder? So mal von der negativen, von der schlechten Seite. Kein Mensch hat dich gezwungen, die Immobilie, die du da gerade wieder zu hoch reingeholt hast, viel zu hoch, hat dich doch kein Mensch gezwungen. Ist so. Ich habe gerade eben im Live-Call, da haben wir jemanden gehabt, die haben bewertet. Und der Verkäufer wollte 1,3 Millionen haben. Und ich habe nach zwei Minuten kam ich schon zu dem Ergebnis, never, ever kommen da 1,3 Millionen raus. Never, ever. Jetzt war das auch, du wirst jetzt schmunzeln, jetzt war das auch noch ein Bauernhof. Ja, jetzt war das, also wir haben ja selber mal einen Bauernhof besessen. Und end of the day konnte ich das total klar sehen, warum und weshalb das niemals klappen wird. Jetzt kommt aber noch eine Sache dazu, nämlich wenn man sich jetzt nicht löst von dem Wunsch des Verkäufers und diesen Hut aufzieht, des Bewerters, der Qualität richtig hinzuschauen, dann fängst du auch noch an, dir jetzt eine Bewertung, die vielleicht, sagen wir mal, bei 900.000 lag, auch noch schön zu machen. Also noch irgendwie zu gucken, wo kann ich jetzt noch irgendwie was finden, um das Ding aufzuwerten. Das macht halt einfach keinen Sinn. Und ich finde auch, wir haben die Tage darüber gesprochen, auch die Entscheidung, ein Nein mal zu lernen, Nein zu sagen. Ja, lieber sagst Nein als vielleicht oder ich muss drüber nachdenken, weil das sind eh die unnötigsten Aussagen, die man treffen kann. Oder? Das macht null Prozent Sinn. Wie wenn du doch überzeugt bist von einer Sache. Dann kannst du doch auch in dem Moment eine Entscheidung treffen. So, und wenn du dir unsicher bist, ob das ein seriöser Partner oder was auch immer ist, ja, was ja in den meisten Fällen gar nicht erst zur Debatte steht, und dann informiere ich den doch, wenn ich weiß, ich habe einen Termin beispielsweise, dann informiere ich mich doch im Vorfeld, dass der Partner, mit dem ich jetzt hier eine Stunde, anderthalb verbringe quasi, dass das eine vernünftige Firma ist. Und wenn mich das, was dann im Gespräch kommt, dann auch noch überzeugt, dann kann ich doch eine Entscheidung treffen, weil entweder bin ich jetzt überzeugt oder nicht. Absolut. Und dann kommen halt immer die klassischen Dinge, gut, das passt jetzt nicht so ganz auf das Beispiel, was du gesagt hast, aber es ist ja eigentlich das gleiche Prinzip wieder und wieder, kommen halt, ja, ich muss mal drüber nachdenken, drüber schlafen oder so, ich muss eine Nacht drüber schlafen. Ist ja am Ende des Tages unter dem Strich ja auch eigentlich nur ein Wunsch, ja, der Wunsch, dass es sich morgen noch genauso anfühlt wie jetzt gerade auch. Ja, und es ist ja einfach nur eine Floskel. Ja. Ja, dieses, ich muss mal drüber nachdenken, weil wenn man ganz ehrlich hinschaut, irgendetwas war noch nicht überzeugend. Das ist ja ein Vorwand, genau, das ist ja ein Vorwand. Total. Irgendwas war noch nicht überzeugend, irgendwas hat einen noch nicht gecatcht oder abgeholt oder was auch immer. Aber anstatt das jetzt zu sagen, anstatt das jetzt auszuspucken und zu sagen, hey, sag doch einfach, es hat dich nicht überzeugt. Oder du bist noch kritisch oder du bist noch skeptisch oder du bist dir whatever, ja. Aber hör doch auf, so rumzu. Das sind halt, ja. Blablabla. Das ist halt, das ist halt das, ja, das Leid des Verkäufers, will ich jetzt nicht richtig sagen. Aber ich meine, wenn man etwas anbieten will, ja, dann kommt man ja immer wieder in die Situation, dass genau sowas vorkommt, ne. Am Ende des Tages musst du da schon auf jeden Fall sehr konfrontationsfähig sein in den Momenten. Aber unterm Strich sind die Gründe, auch meistens einfach Gründe, die auch sinnlos sind, ne. Wie zum Beispiel, ja, ich habe ja keine Sicherheit, dass das Geld, was ich jetzt in die Hand nehme, dass das auch zurückkommt. Ja. Wir reden hier ja von einem Investment. Ja, gibt's, ich meine, du investierst hier in dich selber, es gibt doch keine Garantie für irgendwas. Weißt du, wie ein Apfel schmeckt? Ja. Warum weißt du, wie der schmeckt? Weil ich schon mal ein paar Mal einen gegessen habe. Richtig, so, am Ende des Tages wirst du ja niemals wissen, wie es schmeckt, wenn du es nicht probiert hast. So, du musst es ja angehen, du musst ja diese Entscheidung treffen. Ansonsten entscheidest du dich ja auch bewusst für das Nein, aber dann darfst du halt auch keine anderen Ergebnisse erwarten. Wenn du das Gleiche machst wie gestern, kannst du nicht Ergebnisse morgen erwarten, die anders sind. Funktioniert halt einfach nicht. Absolut. Also, lass uns mal zum Thema Entscheidungen, wie kommt dich denn überhaupt zu einer Entscheidung? Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass überhaupt mal die grundsätzliche Sache bei einer Entscheidung ist, dass ich selber weiß, was ich eigentlich will. Ja, weil häufig, nehmen wir mal jetzt das Beispiel Beratung, Coaching oder überhaupt Businessentwicklung. Ja. Wenn ich da nicht weiß, wo ich denn eigentlich hin will. Also, wenn ich schon nicht weiß, will ich jetzt Unternehmer werden oder überhaupt nicht das Wissen dazu habe, was brauche ich überhaupt, um ein Problem zu lösen. Dann bin ich entweder auf Rad angewiesen oder ich muss mich selber durch den Dschungel kämpfen. Wenn ich ein Auto haben will, ja, dann mach dir doch Gedanken darüber, was für ein Auto du willst. Was ist dein Budget? Was kannst du dir wirklich leisten? Was brauchst du? Familienkutsche, Sportwagen, was auch immer. Also, der Punkt ist, die Leute wissen einfach nicht wirklich, was sie wollen. Dankeschön. Oder? Das ist es. Die Leute wissen nicht, was sie wollen und wenn sie dann eine Lösung bekommen, dann können sie gar nicht beurteilen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, weil eben dieses Vermögen dafür fehlt. Ja, genau. Du weißt das halt eben nicht. Also, erst mal rausfinden, was brauche ich eigentlich wirklich. Zweite Sache ist, so das, was ich jetzt mir ranhole. Ich sehe das ja immer, ob das Online-Marketing ist. Leute glauben, Probleme zu einfach und schnell ein Problem, ein grundlegendes, tief liegendes Problem zu lösen mit irgendeiner Sache. Das funktioniert halt nicht, wenn du schon noch nicht mal Ahnung von der Sache hast. Also musst du wissen, was willst du. Zweitens kannst du erkennen, dass du mit diesem Thema dein Problem gelöst bekommst. In der Gewissheit, dass ohne dich selber es nicht funktionieren wird. Wenn wir mal das Beispiel Lernen annehmen oder Wissen oder whatever. Was bringt dir die geilste CRM? Die CRM wird ja keine Aufträge bringen. Nein. Die CRM wird auch nicht von alleine die Daten da rein tun. Ja. Also, das wird halt nicht funktionieren. Und du kannst ja eine CRM, du bist noch nicht mal in der Lage, die CRM zu bedienen, vielleicht 10% davon. Und glaubst jetzt, das ist die eierlegende Wollmilchsau. Und du musst das unbedingt, brauchst du das, um dein Business aufs nächste Level zu heben, was schon ein kompletter Unfug ist. Dein Business hebt aufs nächste Level massenweise Aufträge, gute Einkaufsquoten und Top-Verkaufsquoten. Das hebt dein Business aufs nächste Level und nicht irgendein Möchtegern-Tool zum Beispiel. Und das Gleiche gilt für Büro, das Gleiche gilt für Kleidung, das Gleiche gilt für die Brand, für das Auftreten. Im Übrigen auch für das ganze Leben. Ja, die Entscheidung zur richtigen Partnerschaft oder willst du Kinder, willst du keine Kinder, willst du ein Haus oder willst du eine Eigentumswohnung. Also im Prinzip ist ja das Leben gepflastert von Entscheidungen. Und du musst einfach lernen, Entscheidungen zu treffen. Und das schaffst du nur, wenn du weißt, was du wirklich willst, was kannst du dir leisten. Und vor allen Dingen, zu jeder Entscheidung gehört, wie ich gerade schon sagte, immer ein Ziel. Weil sonst kannst du auch keine Entscheidungen treffen. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, bist du bereit, die volle Verantwortung für dich selbst zu übernehmen. Für dich selber. Wenn du keine Verantwortung für dich selber übernimmst, dann bist du nämlich immer in der Situation, dass die anderen schuld sind und du die anderen für deine falschen Entscheidungen machst. Ja. Weil das ist halt komplett Banane, das bringt nichts. Definitiv, 100 Prozent, kann ich nur genauso unterschreiben. Ja, also der Punkt ist, lernen wirklich Entscheidungen zu treffen, das kann schon auch damit zu tun haben, indem man einfach mal lernt, Nein zu sagen. Ich glaube, das ist ganz ehrlich eine Sache, die muss man gar nicht lernen, die tragen wir in uns. Wir haben uns aber einfach im Laufe des Lebens so vollkommen dumme, ich muss das wirklich mal so sagen, vollkommen dumme Schutzmechanismen, also vermeintliche Schutzmechanismen angeeignet, ja, die uns hindern, Entscheidungen zu treffen. Unterm Strich ist es einfach, dass die meisten Leute nicht die, die, okay, ich sag jetzt das Wort nicht, nicht den Mut haben, das auszusprechen. Weil, ich sage dir von, also 100 Prozent der Male, wo man vor eine Entscheidung gestellt hat, hat man in dem Moment die Entscheidung tief im Inneren eigentlich schon getroffen, ob ja oder nein. Was einem nur fehlt, ist der Mut, das auszusprechen, ob man das jetzt macht oder nicht. Ich glaube gar nicht, dass diese Fähigkeit wirklich anlernbar ist, ich glaube, die tragen wir alle schon bei uns, uns fehlt nur die Mut, das auszusprechen und auszuführen. Das ist meine Meinung dazu, kann jeder anders sehen, aber ich glaube, das ist so. Ja, finde ich auch, also absolut. Klar, wer Entscheidungen trifft, ist mutig. Ja, das ist genau wie Easy Buyer oder du bist der komplizierte Käufer, ja. Der, der 5 Milliarden Sachen Qual, Double Checken muss, ob das jetzt alles richtig ist, was da steht und dann muss ich noch das checken und dies checken und jenes checken. Am Ende des Tages macht das gar keinen Sinn, ja. Bist du überzeugt, kannst du eine Entscheidung treffen, Punkt, Ausende. Genau so ist es. In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute da draußen beim Entscheidungen treffen. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.